Eines meiner Lieblingszitate ist von Goethe, der gesagt hat, aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Und ich habe auch gesehen, es gibt nichts Schöneres als den Leuten, die gesagt haben, du schaffst es nicht zu beweisen, dass man etwas schaffen kann. Hallo, ich bin Tarek Mette. Ich bin 32 Jahre alt, lebe in Salzburg, bin auch in Salzburg geboren. Ich bin derzeit Abteilungsleiter, Stellvertreter in der Salzburger Gebietskrankenkasse und bin seit 15 Jahren politisch engagiert. Ich war eine kurze Zeit im Salzburger Landtag als Landtagsabgeordneter und kandidiere jetzt im März für den Salzburger Gemeinderat. Also ich bin in Hallein auf die Welt gekommen, in der Nähe von Salzburg, bin dort in die Volksschule gegangen, hatte eigentlich sehr schlechte Noten. Meine Eltern haben dann sozusagen die Reißleine gezogen und haben gesagt, wir ziehen jetzt weg und wir versuchen das Ganze nochmal in der Stadt Salzburg. Ich bin dort dann in die Schule gegangen, bin dann sofort ins Gymnasium gekommen, habe das Gymnasium dann mit Auszeichnung abgeschlossen, habe dann angefangen Rechtswissenschaften zu studieren, habe Rechtswissenschaften abgeschlossen, habe das Gerichtsjahr begonnen. Nach dem Gerichtsjahr habe ich Europawissenschaften und Politikwissenschaften studiert, danach habe ich meinen Doktor gemacht in Rechtswissenschaften und zusätzlich, da ich jetzt im Gesundheitsbereich beruflich tätig bin, habe ich einen Master in Healthcare Management gemacht und auch einen Master in General Management. Um ehrlich zu sein, ich wollte eigentlich Arzt werden, das war eigentlich schon immer mein Wunsch, aber leider ist mein Vater recht früh gestorben und ich konnte leider nicht weg von Salzburg, ich wollte eigentlich in Wien studieren. Danach habe ich mich entschieden, in Salzburg zu bleiben und meine zweite Wahl war Rechtswissenschaften. Ich habe aber am Gericht, als ich das Gerichtsjahr gemacht habe, erkannt, dass ich eigentlich nicht Rechtsanwalt, Richter oder Staatsanwalt sein möchte und habe dann als Mitarbeiter im Salzburger Landtag angefangen. Danach habe ich als parlamentarischer Mitarbeiter gearbeitet für einen Nationalratsabgeordneten und bin dann später zur Salzburger Gebietskrankenkasse gekommen. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit, ich bin in einer größeren Familie aufgewachsen, ich war der jüngste Sohn in der Familie und meine Kindheit hat aber abrupt geendet, als ich 17 Jahre alt gewesen bin und mein Vater gestorben ist. Ab dem Zeitpunkt habe ich erwachsen sein müssen und das war notwendig, weil einfach die Situation sich geändert hat. Und ich habe auch ab dem Zeitpunkt eigentlich zum Arbeiten angefangen, habe auf verschiedensten Ebenen gearbeitet, ich habe mein Studium mit Taxifahren finanziert, habe auch selber Grafik und Webdesign gemacht, habe verschiedenste Dinge gemacht. Ich weiß nicht, ob man mir schon vorab gesehen hat, dass ich mich für Politik interessiere, das hat sich eigentlich entwickelt. Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich gewusst habe, in welche Richtung es geht. Auch bei meinem Studium hat sich das Schicksal mehr entschieden als ich selbst. Aber ich glaube einfach auch daran, dass wenn sich manche Türen schließen, dass sich anderswo einfach manche Türen auch öffnen können. Und ich wollte eigentlich unbedingt, ich habe ja schon erzählt, Arzt werden. Und ich bin jetzt über Ecken doch wieder im Gesundheitssystem gelandet, weil ich arbeite in einer Institution, die den Menschen Gesundheitsversorgung bieten kann. Und ich finde das total spannend. Und jetzt habe ich doch, obwohl ich eigentlich grundsätzlich Jurist bin vom Hauptberuf, im Gesundheitswesen doch arbeiten können und gestalten können. Und das ist schon etwas Schönes. Also ich sage mal so, wie gesagt, bei mir war das eher ein Prozess, der mehrere Jahre gedauert hat. Als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, war das jetzt nicht der Grund, dass ich jetzt irgendwann ein Mandat haben wollte, sondern ich wollte mich eigentlich wirklich engagieren, damit es insgesamt besser wird. Vielleicht ein Schlüsselerlebnis, das mir persönlich einfach auch gezeigt hat, dass etwas gemacht werden muss. Es ist nämlich so, dass ich davon überzeugt bin, dass die Politik den Menschen Perspektiven bieten muss. Unabhängig davon, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben oder welche Herkunft sie haben. Und diese Perspektiven, diese Chancen und Möglichkeiten muss die Politik bieten. Und ich war früher, als ich studiert habe, habe ich auch viel Nachhilfeunterricht gegeben in Deutsch. Und ich habe einige Schüler gehabt und ich habe einen neuen Nachhilfeschüler bekommen. Der ist 15 Jahre alt gewesen. Der ist zu mir gekommen und hat gesagt, er braucht in Deutsch Nachhilfe. Damit ich sehe, wie sein aktueller Status ist, also sein Level in Deutsch, habe ich ihm gesagt, schreib bitte einen Text, was du in Zukunft machen möchtest. Das soll eine Seite sein. Diese Seite habe ich mir auch aufgehoben. Er hat dann sich hingesetzt, hat geschrieben. Er hat geschrieben, dass seine Lehrerin ihm gesagt hat, dass er diese Schule sowieso nicht schaffen wird. Und er war davon überzeugt, dass er entweder diese Schule abschließt und arbeitslos wird oder ohnehin diese Schule nicht abschließen wird. Er ist in die HTL gegangen damals. Dass er diese Schule nicht abschließen wird und eigentlich dann auch arbeitslos sein wird. Also er hat überhaupt keine Perspektive gehabt. Wir haben mit diesem Jungen zwei, drei Jahre zusammengearbeitet. Wir haben versucht, gemeinsam, er war wirklich auch sehr fleißig und hat an sich gearbeitet, hat daran gearbeitet, dass er das schafft. Und er hat tatsächlich maturiert. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Und der gleiche Junge hat jetzt an der Fachhochschule ein Studium abgeschlossen. Und seine Bachelorarbeit wurde von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet als ein Best-Practice-Model für eine Abschlussarbeit. Und jetzt macht er im Ausland seinen Master. Und das ist etwas, das ist vielleicht etwas Individuelles. Aber dieser Junge hatte eigentlich das Potenzial, so weit zu kommen, aber die Rahmenbedingungen haben nicht gestimmt. Und auch vielleicht das Selbstbewusstsein ein bisschen. Und ich glaube, in dem Fall haben wir es durch Unterstützung, vielleicht durch Nachhilfe, durch andere Dinge, haben wir es geschafft, ihn durch diese schwierige Phase durchzubekommen. Aber ich glaube, die Politik muss es insgesamt schaffen, den Menschen die Rahmenbedingungen zu bieten, dass sie sich individuell entfalten können. Eines meiner Lieblingszitate ist von Goethe, der gesagt hat, aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Und ich habe auch gesehen, es gibt nichts Schöneres als den Leuten, die gesagt haben, du schaffst es nicht zu beweisen, dass man etwas schaffen kann. Und ich glaube, diese Motivation müssen wir alle gemeinsam aufbringen, damit wir die Ziele erreichen, die wir uns setzen. Es wird immer Menschen geben, die dir sagen, da ist eine Grenze erreicht. Und man darf sich von diesen Menschen nicht von den Zielen abbringen lassen. Ich habe in meinem Leben sehr viele Superblocker gehabt, aber ich habe auch sehr viele Menschen gehabt, die mich sehr unterstützt haben. Und das hält sich eigentlich in der Waage. Wir sehen aber oft das Negative und wir müssen aber auch schaffen, die positiven Geschichten zu erzählen. Weil wenn ich jetzt mit Menschen rede, verschiedenste Art, erzählen Sie mir immer von den Superblockern. Aber es gibt ja auch Menschen, eben diese Super Supporter, die dich unterstützen in deinen Zielen, die dir mental Unterstützung geben, die dir menschliche Unterstützung geben. Die dir in verschiedenen Lebensbereichen, sozial, kulturell, wirtschaftlich, gesellschaftlich, dich unterstützen, auch politisch. Und diese Unterstützung, man sollte sich eher auf die positiven Dinge konzentrieren, diese Superblocker wegblenden und dann sich auf die Ziele konzentrieren. Und es ist wichtig, dass man Ziele hat, dass man Visionen hat, aber es ist auch wichtig, die einzelnen Schritte zu planen, die dorthin führen. Und da sehe ich ab und zu doch bei manchen Leuten noch ein gewisses Manko. Aber ich glaube, genau dort kann man ja die Menschen unterstützen, zu zeigen, das brauchst du, damit du deine Ziele erreichst. Das sind die Ressourcen, die du brauchst, damit du dorthin kommst, wo du hin möchtest. Ähnlich ist es meines Erachtens mit verschiedensten Minderheiten. Wir brauchen Menschen, die die Probleme dieser Gruppierungen artikulieren können. Wir haben sogar in der ersten Ebene schon Probleme. Wir schaffen es ja nicht einmal, die Probleme zu artikulieren. Das heißt, es muss Leute geben, das muss jetzt nicht nur in der Politik sein, in der Zivilgesellschaft, auf verschiedensten Ebenen, vielleicht in der Wirtschaft, unsere Probleme als Minderheiten in Österreich artikulieren können. Die Probleme darstellen können. Denn das ist der erste Schritt, um daraus dann Lösungen entwickeln zu können. Die Lösungen können aber erst entstehen, wenn man Leute hat, die gehört werden. Und deswegen bin ich schon überzeugt davon, dass man sich politisch engagieren muss. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das nichts mit Migrationshintergrund zu tun hat. Jeder Mensch in der Gesellschaft, das ist meine Einstellung, vielleicht liege ich da falsch, aber das ist auch mein persönlicher Zugang zu dem. Jeder Mensch hat eine individuelle Verantwortung für sich und für sein Umfeld. Aber zusätzlich hat man eine gesellschaftliche Verantwortung. Und diese Verantwortung sollte jeder in Österreich und jede in Österreich, unabhängig von seiner Herkunft, auch wahrnehmen. Und ich glaube, das versuche ich auch bei den Menschen irgendwie herauszukitzeln. Ich habe ja schon erzählt, dass es wichtig ist, den Menschen Perspektiven zu bieten. Und Bildung verschafft Menschen Perspektiven. Aber Bildung ist jetzt natürlich nicht alles. Ich kenne sehr viele Menschen, die keine Akademiker sind, die nicht in der Universität gewesen sind und tolle Arbeit leisten. Ich bin davon überzeugt, dass die Lehre ein super Bildungssystem ist, das Menschen auch Perspektiven schaffen kann. Wir müssen uns davon verabschieden, dass jedes Kind in die Universität muss. Man muss mit der Bildung schon im Kindergarten beginnen, rechtzeitig. Und ich bin auch ein Fan davon, dass es zusätzliche Angebote gibt, schon im Kindergarten. Dass nicht nur das letzte Kindergartenjahr kostenlos den Menschen zur Verfügung gestellt wird, sondern zwei Jahre. Weil in dieser Phase lernen die Kinder sehr viel und werden vorbereitet auf das Bildungssystem. Ich glaube, wir brauchen ein Bildungssystem, das allen Kindern, allen Kindern, egal woher sie stammen, die Möglichkeiten verschafft, die sie verdienen. Und davon entfernen wir uns leider Schritt für Schritt. Und da muss man sozusagen auch klar Stellung beziehen und sagen, nein, das System führt dazu, dass manche Kinder sozusagen privilegiert werden und andere Kinder dann leider nicht dieselben Startvoraussetzungen haben. Und es gibt verschiedenste Studien, internationale Studien, nationale Studien, die darlegen, dass meistens die Kinder von gebildeten Eltern in der schulischen Karriere mehr Erfolg haben. Und auch in verschiedensten anderen Bereichen und Kinder aus sozial schwächeren Schichten es noch schwerer haben im Bildungssystem. Und ich glaube, diese Balance müssen wir hinbekommen, dass diese Kinder unabhängig davon, wer ihre Eltern sind, wie viel Einkommen ihre Eltern haben, die gleichen Startbedingungen haben. Also ich bin kein Fan davon, dass man für die Zukunft sehr pessimistisch ist. Es gibt sehr viele positive Entwicklungen auch in unserer Gesellschaft, die aber leider in den Medien nicht ihren Platz bekommen, den sie verdienen. Oft werden die schlechten Storys, ihr kennt sicherlich auch den Grundsatz, bad news are good news. Das heißt, man transportiert nur die negativen Geschichten. Ich bin davon überzeugt, dass es viele positive Geschichten gibt, die auch Menschen mit Migrationshintergrund betreffen und die mehr in den Mittelpunkt gesetzt werden. Es ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass man mit diesen positiven Geschichten hinausgeht und auch den Menschen zeigt, dass es positive Entwicklungen gibt. Die gibt es tatsächlich. Nichtsdestotrotz leben wir in einer Zeit, wo auf dem Rücken von Menschen mit Migrationshintergrund Politik betrieben wird, auf Kosten dieser Menschen. Sie werden als Sündenböcke dargestellt, damit man andere Themen durchboxen kann. Und das sehen wir. Leider ist das jetzt nicht mehr wie in den Jahren zuvor eine Randerscheinung irgendwo, sondern es ist tatsächlich auch teilweise in der Mitte der Gesellschaft angekommen und auch in den Machtpositionen des Staates. Das ist nämlich auch ein Punkt. Wir leben, ich glaube auch, dass insbesondere die muslimische Community in Österreich sehr viel aushalten muss heutzutage. Der wertschätzende Umgang mit diesen Minderheiten passiert leider nicht mehr. Und deswegen ist es notwendig, dass tatsächlich gewisse Sprachrohre da sind, die die Probleme dieser Gruppierungen artikulieren können. Meine Hobbys sind, ich gehe gerne, wir sind in Salzburg mit einer wundervollen Natur gesegnet, ich gehe gerne auf die Berge, ich verbringe sehr viel Zeit mit Freunden, ich reise gerne. Und eines meiner Laster ist auch FIFA. Ich spiele gerne Playstation und spiele gerne mit meinen Freunden FIFA. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Weg, den man geht, nicht alleine geht. Dass man Leute sucht, die ähnliche Vorstellungen haben, die ähnliche Werte haben, die vielleicht ähnliche Ziele haben und gemeinsam mit denen die Ziele erreicht. Weil alleine ist man dann oft vor Herausforderungen, die man selber nicht bewältigen kann. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, Gleichgesinnte zu suchen, Netzwerke aufzubauen, diese Netzwerke auch zu pflegen, damit man auch langfristig aus diesen Netzwerken gemeinsam alle miteinander profitieren kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Und eben, dass man sich nicht abbringen lässt von den Zielen. Weil es wird immer Leute geben, die sagen, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du hast eine Grenze erreicht. Und lasst euch nicht von diesen Menschen abbringen. Lasst euch von diesen Menschen nicht von euren Zielen abbringen. Habt das Ziel vor Augen und setzt jeden einzelnen Schritt vorwärts. Und jeder einzelne Schritt wird euch zu eurem Ziel näher bringen. Vielen Dank.